Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Fresse. TDFLP hier, euer G-Ding am Start. Wir machen jetzt unsere nächste Mission. Ich weiß noch nicht, was wir machen, aber... Wir finden schon was. Wir sind ja immerhin echte Gangster. Wir machen... Entweder wir helfen dem Seet, das ist schon die ganze Zeit, dieses Seet-Helfen. Omega, was ist denn Omega, ey? Ist das eine Quest? Helfen wir Seet? Oder holen wir uns die Rekrut... Ja, wir helfen Seet. Komm, ich hab doch Seet zu helfen. Seet, Seet, was auch immer. Daran haben wir schon genug. Wir warten ja nachts. Oh, da werde ich mal draufhieben. Hier müssen wir mal kurz erforschen. Es gibt sehr viele Regen- Uaaaahhhh. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Okay, cool, vielen Dank, vielen Dank, das haben wir jetzt gescannt, das war schön, Lippini, wir haben Lippini gescannt, Lippini, ihr Pisser, ey, äh, seht helfen, uh, seht, seht das Licht, möge das Licht euch verbrennen, heißt die Hauptstadt Turm, Stadt der Turm, meine Hauptstadt heißt Turm, Oh, wow, 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 grunt, grüße dich, was, was, und, ach, und seht, müssen wir mitnehmen, holy shit, äh, okay, 10 Punkte, betäubungsschuss, der ist so wie ich, also, mäßig, organischer Berserker, Fuck, yeah, let's do it, was kann ich, kann auch irgendwas, das kann ich wieder lernen, nee, das bin ich, das bin ich, das bin ich, Oh, wie böse wir schon wieder sind, sehr gut, ähm, Brand Munition auf jeden Fall hochscalen, Und wir haben Kyro Munition im nächsten Ding, das ist geil, das ist geil, Brand Waffen, schweres Gewehr, Ja, 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 das kann er auf jeden Fall benutzen, das sieht vernünftig aus, geht, Klasmaschrotflinte, Brauch nicht, und seht, was benutzt der, schweres Gewehr und Sniper, boah, ich wollte, ich wollte die Sniper ändern, Oh, ist richtig schön hier, Very nice, how much? Ist ein richtiges Butterface, der hat da so einen Hoden hängen am Auge, so einen halben. Die Organer sieht schon fucking badass aus, muss ich sagen. Ach, der Turm! Jawohl, erst mal die... Oh, das ist eine scheiß Sniper, Gefällt mir nicht, dann mag ich die anderen besser. Die haben beide... oh, okay, gut. Fuck it, let's do it, bitches! Let's facken los. Bravo, in ihrer Nähe ist ein Shuttle gelandet, sehen Sie sich das an! Aus geht's, bleiben Sie in der Nähe! Das ist also der Sehend. In den Rücken geschossen und verrotten lassen. Eindeutig wie du, Sancho, rücken wir weiter vor. Sehr gerne Sehend. Was ist das denn, ein Monkey? Nein, ich glaube, das war ein Monkey. Mössig. Kommando und Bravo, Position einnehmen! Fucking kreativ! Fucking kreativ, die Leute von Mass Effect. So echt geil. Meldung an Basis! Bewaffnete Eindringlinge am südlichen Checkpoint! Finde! Genau, Krugat. Oh, scheiße! Drei! Eindeutig! Eindeutig! Wir gehen hier wieder lockerflockig durch. Das sind ja keine Gegner. Das sind ja keine Gegner. Das sind Opfer. Shit. Die gehören zu mir. LOL, aber wie männlich er das gesagt hat, auf dem Boden so... Nein! Ein Dog. Okay. Ich will zu ihr sagen, auf dem Boden. Alle Einheiten sind tot, Bruder, alle Einheiten sind tot, just like that, einfach so verbrannt, da-da, da-da, get wrecked Bitte aktivieren sie die Brücke Pufferwur Wido, klingt als hätte er sich nicht verändert Ich habe das Gefühl, sie haben eine Vorgeschichte mit diesem Wido Der war schon ein sadistisches Schwein, als wir die Blue Sons gegründet haben Die Sons sind nach seinem kleinen Coup vor 20 Jahren nur noch übler geworden Also ja, wir haben eine Vorgeschichte Wir sollten lieber aufbrechen Sie sind beim südlichen Zugang! Alle Einheiten zum Tor aus! Jetzt! Sie wissen, dass wir hier sind! Ist doch gut! Na los, komm schon, du Hurensohn! Du hast es gesagt! Well done! Er hat das Wort Sohn benutzt Einheiten Charlie Delta! Beim Torhaus sammeln! Hier ist das Tor! Hier ist das Tor! gefunden. Wie doch? Machen Sie keine Dummheiten, Said. Ich habe eine ganze Armee blutrünstiger Mistkerle hinter mir, die bereit sind für mich zu sterben. Wissen Sie was? Versuchen Sie es. Geben Sie meinen Männern einen Grund, sie wie ein Hund abzuknallen. Mal wieder. Was war das? Kurzsichtig geworden, alter Freund. Renn, du Schwein. Das war Ihr Todesurteil, Masani. Nein, Mann, das war DeIN Todesurteil, du Stück Scheiße. Was machen Sie da? Der ist schon zu mir ab, der Typ, ne? Ich weiß nicht, muss ich sagen. Sie sind ein alter Veteran, würde ich sagen. Öffnen Sie das Tor. Wir sind hier, um diese Leute zu befreien. Warum zur Hölle wollen Sie die Raffinerie sprengen? Ich bin hier, um Vido Santiago zu töten. Wenn ich ihm bei Ihrer Mission helfen soll, sorgen Sie lieber dafür, dass der Kerl heute stirbt. Sie wollen ihn tot sehen? Dann stirbt er. Alles andere ist mir egal, solange Vido eine Kugel schluckt. Dann schluckt Vido jetzt die Kugel, Bitches. Die sind gerackt. Bitch, die explodieren. Bitch. Die explodieren. Die explodieren doch irgendwas. Bitch. Oh, raffiniertes Palladio. Nehmen wir her damit. Was ist das für ein Dichser? Hilfe! Wir sind eingesperrt! Wir kommen nicht zu den Gasventilen, um sie abzudrehen! Hier fliegt gleich alles in die Luft! Keine Zeit. Vido ist wahrscheinlich schon bei den Shuttle-Docks. Ich verstehe ja, warum Sie Vido tot sehen wollen. Aber ist er es wirklich wert, diese Menschen verbrennen zu lassen? Ich bleibe nicht hier, um zuzusehen. Wenn wir den Leuten helfen, flieht Vido. Und wenn er flieht, gebe ich ihnen die Schuld. Na los, bevor Vido fliehen kann. Freut mich, dass Sie meiner Meinung sind. Nein! Hilfe! Nein! Ja, Mann. Wir sind so asozial. Ach, Vido, Vido, Vido. Du kannst nicht vor uns wegrennen. Ich will sie rennen sehen. Ja, Mann, das ist richtig cool, Alter. Das ist beides Psychopathen, ey. Das ist perfekt mit solchen Leuten zu spielen. Und bei der frische Gestürung. Alter, what the fuck. Ja, weil er mal der Beton-Geschuss hat. Feuer auch einen ab. Okay. Ich bin so weg. Okay. Okay. Good Job, guys. Wie ist das? Vido? Oder Vido? Oder wie du auch immer heißt. Servus werden. Was ist ein Servusaber? Jawoll, wir haben es geboren. Ja, stupid. Was denn das wohl ist? Hm, Strong-Gefahr, Schadens-Upgrade, nice, sehr gut. Feindgeschoss! Sein Kopf dreht! Wie geht die Muni aus, Glitches? Ich brauche mal ein neues Sturmgewehr oder so, glaube ich. Irgendwie wird mir das zu langweilig. Ich will auch nicht dieses Elgin-Ding benutzen, und das andere will ich auch nicht benutzen, dass die 3er-Schnitte schlägt mir zu hart. Ich pumpe die gleich weg, wenn das hier so weitergeht. Die droppen auch alle keine Muni? Was ist los mit euch? Ich habe noch 12 Schuss, ich muss gleich zur Pistole greifen, wenn das so weitergeht. Schreit irgendjemand? Ruhe, Mann, ich muss mich konzentrieren, ich bin gleich auf zu schreiten. Firestorm! Das könnte nützlich sein. Oh! Oh, ist das Firestorm? Tatsächlich, das ist Firestorm. Ja. Wer die Flash guckt, weiß Bescheid, was Firestorm ist. Okay, das ist aber richtig scheiße, das gefällt mir nicht. Ah, Firestorm finde ich jetzt nicht so geil. Oh, cool. Shepard! Sturmgewehr! Wollen wir das mal benutzen? Auf Tabeln! Ich glaube, ist kein zuerst Oh, das ist ja eine richtige Here we go Pfff Mal gucken wie der mich die fortzumachen Wo müssen wir hin, oh mein Gott, you're fucking verwirrt Wir müssen jetzt hier, glaube ich Weisher, oder? Oh, mir ist völlig egal, wen sie wollen Ich bin hier gestorben Ich werde sie um Ich würde meine Männer nicht verbrennen um sie zu töten Nimm das Fangen Sie die Platz Aber ich habe nur Sani Eure Betäubungsschuss ab Stören Ich brauche Deckung Ich lege sie mit in den Tod Der Waffe ist schon cool irgendwie, aber Irgendwie Hier wackelt auf einmal alles Auf der linken Zeichern Setzen Könntest du aufhören zu wackeln, Mann? Könntest du aufhören zu wackeln, Mann? Ja, mach ich doch schon Wo sind die Gegner? Was? Oh Drei Schuss Was? Was? Direkt auf den Arsch Schön Gibt es hier noch was? Bei den Neid Verweigert Sie können sie von der Ja Tja 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 Also, ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. Ich habe ihn nicht mehr. So, der ist auch da rum. Wir müssen jetzt hier langsam... Das ist doch eine Tür. Da gehe ich noch rein. Kann ich noch was bergen? Credits oder sowas? Secrets? Beziehungsweise irgendwelche Waffen-Upgrades? Ah, nice. Da ist eine Tür und das eine Tür. Welche Tür müssen wir? In die linke. Sie gehen erst mal in die rechte. Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Was gibt es hier? Gibt es hier was? Oder ist das hier ein toter Raum? Ein toter Raum. Ich hasse tote Räume. So, der... Boah, der ist auch eine Tür. Da müssen wir sogar hin. Wartet, ist hier noch ein toter Raum? Ah, das sieht verdammt tot aus. Zur Seite, man. Okay, open the gates of hell, bitch. Saeed, bitte. Sie wissen, es war nichts Persönliches. Rein geschäftlich, das ist nicht. Es ist 20 Jahre her. Sehen Sie sich an. Ich habe Ihnen einen Gefallen getan. Heimann. Saeed, bitte. Ich werde hier sterben. Tun Sie doch etwas. Brenn, du Schwein. Der ist der fucking Badass, BAH, der ist der Badass, einfach nur... Holy shit... Cool, das war eine geile Mission. Nice, nice, nice. Geil, dann haben wir das Sturm über die... Ah... Was ist denn das Forschungs-Thing, ist das hier? Ich erinnere, hier ist ja Waffen-Spinn. Doch, Tech-Labor. Okay, dann in der nächsten Folge checken wir nochmal unsere neuen Sachen ab, die wir basteln können. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.